Schöne Farbe, kommt da bei der Sache schon nahe? Der Inhalt, nein, 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 nein. Der Inhalt, der ist eindeutig schwarz-gelb. Mannschaft des Jahres ist der BVB! Borussia Dortmund, Mannschaft des Jahres. Hier sind der Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, die Spieler Sven Wender neben Subotic. Und last, but not least, der Trainer Jürgen Klopp. Herzlichen Glückwunsch, ich gratuliere. Hallo. Servus, Herr Watzke, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, willkommen. Ja, jeder kriegt ein Mikrofon und die erste Frage geht an Jürgen Klopp. Bitte gehen Sie in die Mitte, Herr Watzke, das ist ja ein Team hier. Ja, Mannschaft des Jahres, das wird man nicht einfach so, da muss man schon eine Mannschaft sein. Hilft, hilft total. Und ja, erst mal vielen Dank für das Kompliment von Bastian Schweinsteiger. Es ist nicht so einfach, aus München Komplimente zu kriegen. Vor allem, wenn man auch ein Fußballverein ist. Aber es war tatsächlich ein außergewöhnliches Jahr. Und es ist eine große Ehre für uns, heute hier oben zu stehen und Mannschaft des Jahres zu sein. Mannschaft des Jahres, noch vor der Nationalmannschaft, müsste eigentlich runtergehen wie Öl, ne? Ja, wir stehen jetzt nicht so richtig in Konkurrenz mit der Nationalmannschaft. Wir haben ja auch einige Spieler mittlerweile dabei, deswegen hätten wir es denen auch gegönnt, ist doch klar. Ja, jetzt wollen wir natürlich sehen, wer den Pokal überreicht. Das ist ein glühender Fan von Borussia Dortmund, den müssten Sie alle bestens kennen. Sie haben uns ja gezeigt, wie viel Spaß Borussia Dortmund zeigen kann. Und jetzt wollen wir bei der Ehrung auch ein bisschen Spaß haben. Hier ist Piet Klocke. Meine Damen und Herren, boah, ich bin aufgeregt. Sie kennen mich ja vielleicht als völlig entspannten Typen. Jetzt muss ich einfach ein bisschen hektisch werden, weil ich habe nur eine Minute für die Laudatio. Und da ist es ganz klar, deswegen werde ich auch vereinzelte Sätze nur zur Hälfte sagen. Wenn das jemand nicht versteht, werde ich Ihnen morgen früh den Rest zu faxen, den Einzelnen. Also, und das Zweite ist, warum ich so aufgeregt bin, weil ich hier mitten in meiner, ich bin seit gefühlt 1.000 Jahren Borussia Dortmund Fan. Und deshalb, ich bin ganz, ich habe, als ich das hörte, dass ich die Laudatio, da bin ich sofort auf die Decke, also an die Decke und habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Und deswegen fühle ich mich auch als Vertreter aller Fans von Borussia Dortmund. Ich rate auch allen Fußballbegeisterten von anderen Vereinen, dass die mal nach Dortmund kommen ins Stadion und da zu sehen, was da im Moment mit der Mannschaft und mit der Stimmung, die war schon immer großartig, aber bei dieser Mannschaft ist einfach, ich kann das nicht, da fliegen die Herzen der Fans aufs Spielfeld und die jungen Spieler, die spielen einen Fußball. Ich habe manchmal, wenn ich da war, drei Tage danach glänzende Augen. Es ist einfach großartig. Übrigens, ich muss mal Luft holen, weil ich ja permanent, ich wäre beinahe gar nicht hier dazu gekommen, das wäre für die Minute natürlich noch besser gewesen, aber weil ich hier ein bisschen außerhalb von dem Ort, habe ich drei Stunden auf einen Bus gewartet. Gut, ich gebe zu, da war gar keine Haltestelle. Aber mir geht es da ums Prinzip. So, jetzt aber genug geschwafelt. In Vertretung aller Fans und das sind, ich möchte einmal sagen, Jungens, wir sind stolz auf euch und auch die Verantwortlichen. Ohne, es sind ja zwei Teile, die zu einer, zu zwei Hälften nötig sind. Mathematisch ist es nicht. Gratulation. Ich gebe es mal dem lieben Herrn Ben noch. Bitte. Hui. Ach, super. Ach, super. Pichocke. Sie haben selber schon, Pichocke, erzählen Sie ganz kurz, Sie haben selber schon in Dortmund auf dem Rasen gestanden. Gegen wen haben Sie gespielt? Auf welcher Position? Wir haben ja ein Benefits-Spiel nach eurer Feier, hat Kagawa für die Opfer in Japan. Und da durfte ich auch mal mitspielen und ich dachte, Menschenskinder, super Gelegenheit. Ich habe bei den Japanern, ich bin 1,94, mitgespielt und ich hatte einen Block- und Bleistift mit, hinter den Spitzen, weil ich so ein bisschen aussehe und spiele wie Sidan. Und dann, ich wollte gerade was aufschreiben, wollte mir die Tricks von Götze und Kagawa mal anschauen. Ich hatte kaum den Kugelschreiber, so schnell ist das Spiel heutzutage nämlich schon, da wurde ich schon ausgewechselt. Haben Sie Jürgen Klopp irgendein Talent in ihm entdeckt beim Spielen? Nein. Nichts. Danke, danke. Und jetzt wollen wir mal schauen, einen Rückblick auf dieses grandiose Jahr von Borussia Dortmund, ein tolles Jahr in der Vereinsgeschichte. Die Meisterschaft im Visier. Neun Jahre nach dem letzten Titelgewinn, Borussia Dortmund wieder ganz groß. Mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten und dem Trainervulkan Jürgen Klopp. Die Helden in Schwarz-Gelb fliegen durch die Liga. Barrios, neunte Minute. Auch die Bayern in München chancenlos. Schein, das ist Meisterfußball. Der geniale Moment in einem Spiel, das doch sowieso schon auf höchst Niveau brodelt. Gala-Vorstellung der Dortmunder. Hummels, 3 zu 1. Der amtierende deutsche Meister bekommt hier eine meisterliche Lehrstunde. Der Rekordmeister nur Statist. Nichts scheint unmöglich, Dortmund auf der Überholspur. Aber Klopp behält den Blick fürs Wesentliche. Götze, Sahin und Co. Die jungen Himmelsstürmer. Dortmund ist dabei, aus einer erfolgreichen Saison eine historische zu machen. Und dieser Jubel. Unglaublich. Diese Kindergarten nagelt hier durch die Liga, als gäbe es kein Morgen. Das ist außergewöhnlich. Gegen Nürnberg machen sie den Titel vorzeitig klar. Heute geht eine grandiose Saison auf die Zielgerade. Die Party ist nicht mehr aufzuhalten. Große Emotionen bei dem Verein, der vor kurzem fast pleite war. Und Großkreuz? Er hat endlich die Haare schön. Geil. Einfach nur geil. Siebte Deutsche Meisterschaft für den BVB. Und was für eine. Für mich ist es einfach ein Kindertraum in Erfüllung gegangen. Ich hätte auch Gänsehaut. Ja, und... Ganz andächtig haben die vier Herren hier oben. Da kommt natürlich auch bei Jürgen Klopp die Gänsehaut wieder zurück. Ja, problemlos abrufbar. Außergewöhnliche Momente, was die Jungs auf die Beine gestellt haben, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich. Es war eine Gruppe von 19-Jährigen, die wir zusammengestellt haben. Dann kamen ein paar 18-Jährige dazu, dann haben wir drei Jahre trainiert, richtig viel gearbeitet und dann sind wir Deutscher Meister geworden. Das ist ein Märchen, das da war geworden, in einem Verein, mit dem es aber auch zu gönnen ist, weil er durch ganz schwere Zeiten gegangen ist, ein großartiger Verein ist und hat einen Höllenspaß gemacht. Ja, Neven, Sven, die Entscheidenden waren natürlich die Spieler auf dem Platz. Jetzt fragt man sich, es ist schon ein halbes Jahr her, wie präsent ist das eigentlich noch? Mittlerweile ist die Herbstmeisterschaft vergeben. Ja, also ich habe gerade gesagt, wo wir die Bilder gesehen haben, das scheint, als wäre es tausend Jahre her. Aber es ist wirklich, wenn man bedenkt, ich glaube sieben, acht Monate her, ja, aber irgendwie, ich gucke mich da an und ich denke mir, boah, damals war ich so doof und es war alles so geil. Aber irgendwie bin ich schon seitdem gewachsen und habe so viel dazugelernt. Ja, Sie haben sich beide in der nächsten Saison dann hintereinander verletzt. Auf der einen Seite dieser furchtbare Gesichtsbruch, der schlimm aussah, hier Kieferbruch. Sven, wie sieht es aus? Wieder fit zur Rückrunde? Ja, auf jeden Fall. Also vier Wochen lang bin ich jetzt schon verletzt. Es war auch keine einfache Zeit, weil niemand ist gerne verletzt. Ja, mein Hauptberuf ist einfach, auf dem Platz zu stehen. Und ja, dann macht es einfach keinen Spaß, die Jungen spielen zu sehen. Und man sitzt zu Hause und kann nichts tun. Aber Gott sei Dank ist auch die Zeit bald wieder vorbei. Und ich darf demnächst auch wieder ganz normal essen zur Weihnachtszeit. Habe ich perfekt gelegt. Und ja, dann darf ich auch nichts wieder angreifen. Was gab es denn bisher? Alles so ein bisschen flüssiger. Und Sven Bender ist aber schon wieder ganz heiß, wie er selbst auf einer Homepage gepostet hat. Und sagt, schade, dass man nicht mit Helm spielen kann. Also, Sie wollen unbedingt wieder auf den Rasen, ne? Ja, ich habe mit Motorradhelm gesagt. Es gibt leider keinen Unterkieferschutz, was irgendwelche Schläge abwehrt. Und das wäre die einzige Möglichkeit gewesen. Und damit, glaube ich, darf man nicht spielen. Ja, Jürgen Klopp, Sie haben gesagt, wir haben es gerade noch mal gehört, das ist ja wie so ein Kindergarten, wie der durch die Saison marschiert ist. Was ist der besondere Geist dieser Mannschaft? Ja, der hat sich entwickelt. Was wir letztes Jahr geschafft haben, wäre es tatsächlich nicht in jedem Verein möglich gewesen. Es gibt ein paar Vereine, wo das auch möglich gewesen wäre. Es gab einen gewissen Moment in der letzten Saison, da waren wir nicht mehr aufzuhalten. Da wussten wir es aber noch gar nicht, weil der Verein so eine Kraft ausstrahlt. Es sind so viele Fans in Deutschland von Borussia Dortmund und das hat uns richtig nach vorne gepeitscht. Also, es war wirklich, es war die richtige Mannschaft, im richtigen Moment, im richtigen Verein, und zum richtigen Zeitpunkt hat alles gepasst und nur so konnten wir das Ding ziehen. Und Herr Watzke, für Sie muss es ja auch eine besondere Gedugtuung gewesen sein im Nachhinein. Es gab schwierige Zeiten, die Jürgen Klopp schon angesprochen hat. Der Verein stand mal eine Weile kurz vor der Pleite, dass Sie auf die jungen, günstigen Wilden gesetzt haben. Ja gut, das war natürlich ein Ausschluss etwa, aber wir wollten eigentlich ganz was anderes. Wir wollten mit einer jungen Mannschaft begeisternd Fußball spielen, laufintensiv Fußball spielen. Und jeder, der bei uns in Dortmund dann kommt, der soll das Gefühl haben, wir können dir keinen Sieg versprechen, wir können dir aber versprechen, dass diese Mannschaft alles raushaut, was sie hat. Und das haben wir eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Ja, also ich glaube, zumindest der Trainer war auch schon mal ein Volltreffer. Herr Watzke, ich glaube, da würden Sie mir nicht widersprechen, wenn ich das heute Abend so sage. Deutlich schlechtere Entscheidungen haben wir schon betroffen. Ja, und es gab ja, es gab aber auch in der vergangenen Saison ja so eine Art Pakt, wo Sie gesagt haben, wir wollen niemals auseinander gehen. Und dennoch ist dann einer von den Besten gegangen, Nuri Sahin. Und dem geht es jetzt in Spanien ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig gut. Haben Sie Kontakt mit ihm? Ja, vor allen Dingen, ich glaube, dass alle, vor allem die Spieler auch sehr viel Kontakt zu ihm haben. Sven? Neven, habt ihr mal telefoniert? Ja, ich habe das öftere mit ihm Kontakt auf jeden Fall. Wie es halt so ist, er kommt momentan nicht ganz so oft zum Zug. Jetzt kam er ein paar Mal rein und hat nicht seine besten Spiele gemacht. Aber es braucht natürlich auch seine Zeit. Man muss sich da eingewöhnen und Nuri, jeder weiß, dass er ein guter Spieler ist und er wird sich auch da irgendwann zurechtfinden. Eine wunderbare Szene wollen wir gerne noch zeigen. Daran ist Neven Subotic beteiligt. Das war nach dem Sieg gegen den Klub, als alles klar war im vergangenen Jahr, hat sich Neven in ein Auto gesetzt und ist losgefahren. Und wir sehen ihn hier mit freiem Oberkörper, meine Damen und Herren. Den Spieler von Borussia Dortmund, der die Meisterschaft feiert. Wo war das, Neven? Das war ungefähr eine Kilometer Luftlinie vom Stadion entfernt. Machen Sie das öfter? Jedes Mal, wenn wir Meister werden. Ja. Im nächsten Jahr wieder? Also ich hoffe, ich werde so oft Meister wie möglich. Weil diese Momente, also diesen Moment insbesondere, werde ich nie vergessen. Das war einfach irgendwas Spontanes. Und ich denke, die Bilder werde ich auch meinen Kindern zeigen, wenn ich wieder ruhig bin, zu sagen, wie Papa irgendwann mal wild war. Aber es war einfach ein Moment, den ich einfach nicht in Worte fassen kann. Ein wunderschönes Schlusswort, auch wenn es kein Wort mehr war. Herzlichen Dank noch einmal dem deutschen Meister der vergangenen Saison. Es war toll, dass Sie hier waren. Weiterhin viel Glück in der Saison. Ganz herzlichen Dank Borussia Dortmund. Am Dienstag spielen Sie live im ZDF bei Fortuna Düsseldorf. Das wollen wir auch noch erwähnen. Genau. Herzlichen Dank. Mannschaft des Jahres. Vielen Dank, alles Gute. Danke, Herr Watzke. Borussia Dortmund. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön noch einmal. Borussia Dortmund. Mannschaft des Jahres. Die Orientierung auf dem Platz ist exzellent. Funktioniert besser. Aber habt ihr was gemerkt? Nee. Zum Schluss folgen Sie doch alle ganz brav dem Trainer. Sie sind halt einfach gut erzogen, die Spieler beim EVB. Immer diszipliniert und konsequent. So, das war's, meine Damen und Herren. Und wir dürfen uns recht herzlich bedanken bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, fürs Zusehen, bei Ihnen im Saal fürs Kommen. Aber in allererster Linie bei den vielen, vielen Sportlern, die uns das Leben immer so schön machen, die so fleißig trainieren.